Hallo, mein Name ist Bernhard, komme aus Lenz-Würfer und arbeite an der Naturparkstube Honeda. Was sind deine täglichen Aufgaben? Ich bin Expedit-Mitarbeiter, wir kommissionieren in der Früh das Brot und Gepäck und wir liefern alle Filialen. Was taugt dir besonders an diesem Job? Also mir gefällt das Betriebsklima, die Mitarbeiter, die Arbeitszeit und fängt in der Früh an, aber ist Mittag fertig und hat noch Zeit für die Familie. Was gibt's Cooles in deiner Firma? Was mir gefällt ist die Mitarbeiterverpflegung, man braucht keine Geld für die Hause. Auf die Mitarbeiterkarte gibt es 50% Rabatt und das gesamte Betriebsklima in der Parkstube. Wenn du Interesse hast für einen Job bei der Naturparkstube Honeda, bewirb dich und komm in unser Team.